... ... ... ... ... ... ok getrefft Jetzt gibt es bestimmt einen auf der Fresse. Er ist ja tot. Waaah? Scheiße, du. Kacke, du. Nu? Oh, oh! Schwing deine Arsch, hier heimlich! Hier ist ein Motorplatz! Äh. Okay, ich komm. Missfit 1 4, hier Razorback 2 2. Wir sind unterwegs zum Abholpunkt. Over. Verstanden! 2 2! Rückenmusterkontakt vor! Bereit sein für und kitzende Abholung! Out! Okay. Mal ab nach oben hier. Klausch. Hey! Hey! Bleiben Sie wach! Wach bleiben! Hey! Sterben Sie mir nicht weg! Hey! Wie heißen Sie? Wie ist der Name? Mein Name. Mein Name ist Verlust. Komm Sie mal an! Halten Sie durch! Nein, nein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, wie Sie meinen. Bleckbein! Leg ein paar Minen hier aus! Bald werden uns ne Menge wütender Leute besuchen! Deck die Eingänge ab! Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg! Mach schon! Beheile uns! Sie kommen! 1-3! Status? Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock nahe des Abholfunks. Verstanden! Versuchen zu euch rüber zu kommen! Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen! Erdgeschoss! Müsste vor euch sein! Over! Verstanden! Du hast ihn gehört! Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier! What the fuck? Das ist mir ein bisschen zu ruhig! Das ist mir ein bisschen zu ruhig! Versuchen wir wieder zu kommen. 2-3 1-3 1-3 1-4 Und kein Feind, kein Feind, kein Feind! 2-5 Okay. 1-3, Achtung! Die LR-Einheiten bringen über Außentreppen in den ersten Stock vor. Passt auf die Eingänge auf. Over! Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz, genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blut ist stark. Schockzustand sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihn am Leben! Verstanden. Ach, jetzt kommen wir von hier her, hier, Säcke. Scheiße! Ach du Kacke! Alter! Alter! Kein Mist! Geht auch. Oh, oh. Hey, hey. Hat nicht geklappt, mein Freund. Du bist dummer Drecksau. Oh! Oh, der hat mich erschreckt. Oh, der hat mich erschreckt. 1-4, 1-3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schmerenden Schuss. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab. Erster Stock. Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Stationen. Niswil 2-2 ist in drei Minuten da. Bereit halten zur Abrundung. Over. Schmerzen. Alter. Naja. Ja, ich... 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 Ich finde es einfach nur... Komisch. scheiße ja 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 alter was geht denn jetzt auf hallo ey wo ist denn der? da oben gewischt siehst du hier nichts? da ist es dunkel hier scheiße ey fuck leck mich doch am Arsch nein das muss ich auch noch nachladen fuck ey son of a bitch ich bin doch hier geschützt halbwegs vorerst ich seh ja kein Schwein ne da ist einer ne komm diese ey wie soll ich denn die alle abküren? ich geh raus dann bin ich ja tot ja ey guck dich das an alter was der Arsch so und jetzt so 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 wie sind die lichter aus? so 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 ok wie ist es? Er ist mächtig auftragen. Er sieht nicht gut aus. Lass ihn nicht sterben, verstanden? Haltet ihr Leben! Mach dir. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt, solle man genug seine Verfolgung geben soll. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Geht das wieder los? Sie springen sich selber in die Luft, aber nicht schlecht. Also... Oh! Granate! Da... Macht Boom und er schreit dann Granate, wo ich längst tot bin. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich bin im Zucken wohl schon. Oh, drei, drei Viertel. Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Schafft. Schafft. fuck ja ich gehe jetzt mal hier und von ihren schieß ich stehe hier so rum ich sterbe ich glaube ich sterbe ich sterbe ich bin gestorben ich bin gestorben